Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von World of Tanks Blitz live zusammen mit mir. Ich bin der Fippo und ich persönlich spiele das Spiel schon seit knapp zwei Jahren, habe insgesamt schon knapp 7.500 Gefechte auf der Uhr, etwas mehr als 7.500, 7.713 um es genau zu sagen, bei einer durchschnittlichen Siegesrate von 54,25%. Das ist nicht viel, ist aber laut einigen diversen Websites relativ gut verglichen mit dem Rest von Europa. Sprich, ich habe schon durchaus etwas Erfahrung und versuche jetzt mal, das mit euch zu teilen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps, die ich umsetzen könnte, vielleicht habt ihr selber auch was gefunden, an das ihr noch gar nicht gedacht habt. Man lernt ja nie aus. Zu den Videos an sich, ich habe noch nie welche aufgenommen, das ist heute das allererste Mal, wie ich bereits gesagt habe, deswegen mundet euch nicht, wenn es ab und zu noch ein bisschen hakt oder wenn es ein bisschen leiser wird. Schaut sie euch an. Ich bin über jede Form von Kritik erfreut, sei es jetzt positiv oder negativ, von wegen der Fippo, das und da und da hast du voll scheiße gemacht und hier kannst du besser erklären oder hier da voll gut, wie du den Panzer angewinkelt hast und wie du es erklärt hast. Wie gesagt, jede Form von Kritik ist bei mir willkommen. Ich werde damit umgehen können. Ich werde auch eure Fragen beantworten, die ihr mir stellen könnt in den Kommentaren und wie gesagt, habt Spaß und wir fangen auch gleich an. Ich fange an mit einem Stufe 1 Panzer. Ich nehme gerade mal die Japaner, weil er bei mir gerade noch ausgewählt war. Der Renault Otsu. Der Renault Otsu an sich ist eines der langsamsten Fahrzeuge auf der Stufe. Also träumt nicht von Topspeed über 25 kmh, das werde die nie erreichen und wenn, nur den Berg runter. Er hat eine Wannenpanzerung von 30 mm Front und Seite, 22 mm Heckpanzerung. Der Turm ist durchgehend von allen Seiten mit 20 mm gepanzert. Klingt nicht viel, aber ihr seht es. Stark abgerundet, stark angewinkelte Flächen, vor allem viele Schrägen. Da wird einiges abprallen. Lasst euch überraschen. Ihr werdet euch nur wundern. Anfangen könnt ihr mit dem 37 mm Geschütz APX SA18. Überspringt sie gleich mit Free XP. Die Kanone ist der größte Scheiß. Ihr trefft auf 100 m nicht mal ein Scheunentor. Dank der Streuung von über einem halben Meter auf 100 m Schussdistanz. Vergesst es. Dazu erzähle ich auch gar nichts. Nehmt lieber die zweite Kanone, die 37 mm Sogekihu. Die ist um einiges präziser. Über einen halben Meter präziser auf 100 m. Aber immer noch unpräzise wie eine sowjetische Stromkanone. Allerdings habt ihr damit einen wesentlich höheren Durchschlag und ihr macht auch etwas mehr Schaden. Ich allerdings bevorzuge die 13 mm Auto Cannon Typ HO. Mit 15 Granaten im Magazin, 23 mm Durchschlag, 8 Schaden pro Schuss. Mit Standard-Munition, mit Premium-Munition liegt ihr bei 36 mm Durchschlag und 8 Schuss ebenfalls. 8 Schuss, 8 Schaden. Ja. Das erste Mal. Kommt vor. So. Fangen wir doch grad mal an. Und hoffen, dass wir nicht in eine Stufe 2 Gefecht reinrauschen. Weil sonst wird's nämlich teuer. Jedes Schuss Premium-Munition kostet euch 400 Credits. Und das ist für Stufe 1 verdammt teuer. Und ihr habt viele Kugel, die hintereinander wegfliegen. Also 15 x 400. Autsch. Ja. Wenn von diesen 10 Schuss, äh, von diesen 15 Schuss insgesamt 10 nicht treffen, habt ihr schon mal direkt 4000 Credits in den Sand gesetzt. Wargaming dankt. Also wie gesagt. Premium nur im äußersten Notfall. Oder wenn ihr es euch leisten könnt, ja. So. Ach, super. Ein Stufe 2 Gefecht. Natürlich. Das heißt, es wird teuer. Wir haben nichts zu lachen. Viele Panzer 2 im Gegner-Team. Die sind von vorn nahezu undurchdringbar für unsere Kanone. Und wenn die sich noch anwinkeln, geht gar nichts. Die kommen allerdings bei uns auch relativ gut durch. Ich fahr den selber auch gerne, Panzer 2. Er macht Spaß. Allerdings auch nur im Stufe 2 oder Stufe 1 Gefecht. Im Stufe 3 Gefecht habt ihr damit nichts mehr zu lachen. So. Versuchen wir es doch gerade mal. Fangen wir an. Ich lag direkt auf Premium um. Obwohl, nein. Ich zeige es euch. Was passiert, wenn ihr mit Standardmunition auf einen angewinkelten oder auf einen oder auf die Front eines Panzer 2 schießt. So. Ein bisschen Nitro zünden. Ihr seht es. 21, 20, 19, 18. Die Karre ist einfach nur scheiße langsam. Und da kommen sie auch schon. Schießen direkt unseren Hargurt zusammen. Der bleibt natürlich stehen und kann nichts machen. Und das war ein Todesurteil. Stehenbleiben. Hier. Komplett rot. Geht nichts. Na super. Die Panzer 2 werden uns einfach überrollen. Und da hat man mich schon weggeschossen. Ja. Das war nichts. Der Panzerjäger wird auch gleich das zeitliche segnen. Sobald er einen Panzer 2 um sich rum hat. Und ein anderer flankiert. War's das. Das war jetzt nicht so optimal. Aber ich habe noch einen zweiten Stufe 1 Panzer. Und zwar den MS-1 der Sovjets. Er ist ähnlich wie der Renault-Otzu. Macht nur ein bisschen mehr Schaden. Ist etwas wendiger und besser von der Motorisierung und von der Endgeschwindigkeit. Und wieder ein Stufe 2 Gefecht. Ach. Ich könnte heulen. Versuchen wir's mal. Schließlich habe ich den MS-1 und den Renault-Otzu und ein Stufe 2 Gefecht jeweils geacet. Sprich, ich habe da alles richtig gemacht. Schauen wir mal, ob's vielleicht jetzt nochmal klappt. Und er ist schon jetzt wesentlich schneller als der Renault-Otzu. Ja. 33 kmh. Das sind über 10... Ups. Angeschubst vom Cruiser. Danke. Wir sind über 10 kmh schneller als der Renault-Otzu. Das macht sich bemerkbar. Ja. Das ist einer... eine wirklich ein schnelles Fahrzeug. Mit einer relativ moderaten Sichtweite. Die Sovjets sind nicht dafür bekannt, und wirklich gute Sichtweiten zu haben. Das sind eher die Deutschen. Und vor allem die Japaner. Die Japaner sind richtige Ninjas. Sind dann auch im Verlauf des Spiels immer schwieriger zu spielen, da sie eben keinerlei Panzerung besitzen. Aber verdammt gute Kanonen haben. Und eine saugute Sichtweite. Okay, da kann ich ja von schießen. Er versucht's trotzdem. Er hat wahrscheinlich die Kommandanten-Logie gesehen. Aber jetzt... Oh, ein T-1. Unser Fahrer wurde getötet. Oh, unser Fahrer wurde getötet. Das passiert recht häufig bei den Sovjets. Ja, schießen wir gerade noch den Cruiser. Ja, kaum Wirkung gezeigt. Aber wir haben ihn vertrieben. Vorerst. Ja, der Cruiser hat noch mal einen Kill geklaut. Aber den hätte ich eh nicht mehr bekommen. M2 Lights. Auf den können wir noch nicht schießen. Auf den können wir gar nicht mehr schießen. Ja, der bleibt stehen. Auf BT2. Auf den können wir... Äh, wenn er jetzt... Nein, das wird auch nichts. Da, ein T-26. Den kriegen wir doch. Nein, kriegen wir nicht. Und es ist wieder ein Kill geklaut worden. Zack. Ach, das gibt's doch nicht. Alle drei daneben gegangen. Na, wir können ja echt nichts machen. Stufe 2-Gefecht haben wir mit diesem Fahrzeug nichts zu lachen. Wir sind plus Deko. Ablenkung, Deko oder Köder. Je nachdem. Allerdings überleben wir auch selten, wenn wir Köder spielen. Also, als Leute hier immer hinten halten. Versuchen, die Leute zu nerven, wenn der jetzt mal stehen bleiben würde. Ja, wir treffen den nicht. Der ist schneller, als wir unseren Torn drehen können. Zack. Geklaut. Aha. Keine Munition mehr. Na gut, immerhin, wir haben einen Anstandskill noch mitgenommen. Ups, Entschuldigung. Und den Panzer Zweiter, wenn wir auch nicht hier machen können. Doch, kriegen wir uns sehr dank. Ha. Bin ein bisschen erkältet. So. Eine Rude siegreich. Die andere verloren. Ja. Ich würde sagen, nach dem Gefecht gleich nochmal mit den Japanern loslegen. Vielleicht klappt es ja diesmal. Na ja, 302 Schaden, 798 Credits eingenommen. Ja, Premium Munition ist hier teuer. Und mit dem Reno-Atsu haben wir verloren. Es wurde gerade eingeblendet, aber wir versuchen es gleich nochmal. In der Hoffnung, dass sich diesmal kein Tier-2-Gefecht wird. Weil, wie gesagt, mit einem Tier-1-Panzer habt ihr in Tier-2-Gefechten nicht viel zu lachen. Und, was habe ich gesagt? Hätte ich mal lieber die Klappe gehalten. Wieder ein Tier-2-Gefecht. T2 Medium, T26, M2 Light, BT2, Panzer II. Die können uns alle innerhalb kürzester Zeit rausnehmen. Absolut kein Problem. Insbesondere nicht für den T26. Der kann uns schneller rausnehmen, als wir unser Magazin nachgeladen haben. Wenn er mit der Autokanone gefahren wird. Oh je, das kann lustig werden. Zuckern wir mal los. Der OC-2, der lebt gern gefährlich. Er fährt alleine. Ist nicht zu empfehlen. Ich will jetzt aber auch nicht hinterher fahren, weil ich komme sowieso nicht an, wenn da beschossen wird. Und bis ich da bin, ist er nämlich weg. Dann stehe ich alleine da und das ist dann auch wieder nicht gut für mich. Und wie sieht er aus? BT2. Ah. Ein BT2-Versuch zu flankieren. Okay, das werden wir unterbinden. Wirkungstreffer. Wasserum nicht durchschlagen. Na komm her. Dich kriege ich auch noch. Och, Manu. Den wollte ich haben. Oh. Da kommt schon der nächste T1. Gut, der wird uns nicht so alt. Der wird uns nicht allzu gefährlich. Suche eine und die sind fertig. Aua. Wir haben sie! Anwinkeln. Gegner verwirren. Und schießen. Wir haben die Feuerwehr! Volltreffer! Volltreffer! Wenn er jetzt nochmal nachladen kann, bevor wir nachgeladen haben, war es das mit uns. Gut, Glück gehabt. Nachladen. Und ein bisschen Stoff. Unser Team schlägt sich gerade nicht allzu gut da vorne. Wir haben doch ganz schön an Manpower eingebüßt. Noch liegen wir vorn. Aber allzu viel können wir hier jetzt auch nicht mehr ausrichten mit 16 HP. Ja, wir sind One-Shot für jedes verdammte Fahrzeug auf diesem Feld. Absolut jedes. Ein Schuss. Egal von wem. Und wir sind weg. Panzer 2. Den will ich nicht unbedingt von vorn angreifen. Lieber von der Seite. Obwohl... Ah, der wird gerade von einem anderen beschossen. Vielleicht kriege ich ihn ja doch. 15. Gott. Ah. Halt. Haben wir ihn nicht erwischt. Oh, 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 oh. Oh Gott. Wie er gelauert hat. Oh, ich seh schon, die Runde wird teuer. Ich muss viel zu viel Premium schießen. Ich kann... 5 HP. Ich kann mich weder in eine Deckung bewegen, weil ich zu langsam bin, noch kann ich mich in einen Zweikampf wagen, weil ich keinen HP habe. Ich muss warten, bis sie rauskommen, bis ich sie beschießen kann. Alles andere wäre Selbstmord. Ich hoffe, der M2 Light weiß, was er da tut. Und ich hoffe, die Jungs im Cap cappen durch, bevor sich irgendjemand entscheidet, noch schnell durch zu rushen. Ach, da ist er ja. Ah, den kriege ich nicht. Nein, den kriege ich nicht mehr. Nein, kriegt er den M2 noch? Nein, kriegt er nicht mehr. Schade. Ich hätte es ihm jetzt gegönnt. Aber gut. Gewonnen. Schaden gemacht. Überlebt. Und draufgezahlt. 100%. Ja, knapp. 53 Credits draufzahlen müssen. Aber gut. Stufe 2 Gefecht. Viel Premium geschossen. Verständlich. So. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist erstmal Schluss für heute. Und wir sehen uns demnächst wieder mit weiteren Folgen. Bis dahin. Viel Spaß. Und tschüss. Euer Phippo.